Hey, also wenn das hier eine verlassene Geisterstadt ist, wer gibt uns denn dann bitte? Siehst du das, Aurest? Die Geister wahrscheinlich? Das war mega! Ja, das war echt mega gruselig! Cool! Was war das? Sehr viel Nacht! Das ist ja unglaublich hier! Das ist der allerbeste Gruseltag ever! Ich denke mal, das war einfach nur der Wind! Also, ich liebe den Gruseltag über alles! Süßigkeiten! Und wir mussten noch nicht mal irgendwo klopfen! Seht euch mal das Klavier an! Du meinst, dass das von ganz allein spielt? Was war das? Anscheinend gibt es hier wirklich Geister! Sollen wir verschwinden? Natürlich nicht! Wir müssen dieses Rätsel lösen! Wir schaffen das! Es kommt aus dem Foster! Okay, vielleicht schaffen wir das doch nicht! Lasst es nicht aus den Augen! Wenn der Geist uns folgt, müssen wir ihn besprühen! Ich glaube, es kommt aus dem Foster! Das ist er! Na los! Das wart ihr? Das wart ihr? Okay! $3! $4! $7! Beisia ist niemals! Bis zum nächsten Mal.